Magath wurde zum Königstransfer ernannt und Berlin bleibt sicher drin. Und dann 19. zum Video vorm Spiel bei Hertha BSC Berlin nach einer, erster Punkt, geilen Auswärtsreise. Unabhängig vom Spiel an sich war es schon geil in Mainz. Ich war es ja, wie gesagt, noch nie in Mainz. Sehr chillige Anreise, natürlich ein lustiger Standard, mitten auf dem Acker, diese ganzen Vergleiche mit Baumarkt und so. Aber eigentlich wirklich nicht schlecht, wirklich schön gewesen dort. Einzige Katakomben war grandios, die Menge an Fans war grandios, also war alles sehr, sehr geil. Südamerika-Motto war sehr geil, mit Konfetti, mit Fahnen und so weiter. Stimmung mega gewesen bei uns, alles geiler als es 0 zu 0 auf dem Rasen am Ende des Tages. Habt ihr auch meinen Vlog oder auch das Video bei der Cannstatt Kurve TV. Trotzdem wieder nicht genug. Ich will diesen Punkt in Mainz gar nicht schlecht reden. Ich hätte den vor dem Spiel genommen, wisst ihr alle, Heimstallgemeins mit eingerechnet. Ich hätte den genommen, den Punkt in Mainz, so ist es nicht. Das große Aber war halt, wie auch im Vlog gesagt, dieses 1 zu 0 von Berlin in Augsburg, das hätte halt nicht sein müssen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Augsburg war leider halt einfach doch ein Schmutzverein, sind wir einfach mal ehrlich. Vielleicht können wir die doch mal runter noch mit reingenommen in den Abstiegskampf, mal sehen. Und so war es halt zu wenig. Du hattest auch, finde ich, im Spielverlauf nie das Gefühl, dass mehr passiert so. Das war ein Unschieden von Anfang bis Ende. Bei Mainz geht es ja quasi um nichts mehr. Bei uns aber schon. Aber wir haben uns so ein bisschen anstecken lassen von Mainz. Wir haben auch so gespielt oder so hat es gewirkt, als würde es auch für uns quasi um nichts gehen. Als wäre man sehr zufrieden mit dem Punkt in Mainz. Ich finde, da hat man nicht hundertprozentig gemerkt, dass da schon drei Punkte geil gewesen wären. Da war mir ein bisschen zu wenig Druck am Ende. Davon haben wir keine. Und damit kommen wir zum Hertha-Spiel. Zu Hertha-BSC Berlin war die Magath-Aussage vom Augsburg-Spiel zum Thema Führungsspieler. Haben wir keine. Finde ich eine wilde Aussage, aber eine ehrliche Aussage. Kennt man so vom Magath auch nicht anders. Kevin-Prinz-Borteng hat er genannt. Der hat auch dann vorhin noch nicht wirklich groß 90 Minuten am Stück gespielt hat. Wegen Fitness und so weiter. Der hat jetzt gespielt in Augsburg. Ein gutes Spiel gemacht. 0 zu 1 Sieg. Wie gesagt, der hätte nicht sein müssen. Also der Spruch hat funktioniert. Wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Sie haben es wohl verstanden. Mal gucken, wie es dann gegen uns aussieht. Wow, der Doppelpass. Ja, gab wie immer am Sonntag einen Doppelpass. Ist ja klar. Und da habe ich gerade zufällig eingeschalten, wo es gerade ums Thema Hertha oder auch ums Thema VfB ging. Und ich weiß noch, wie die Medien, auch der Doppelpass, glaube ich, die Hertha nach dem desaströsen 1 zu 4 gegen Union komplett geführt in die Drittklassigkeit gelabert haben. Komplett runtergeraden haben. Das Thema ist durch. Abstieg, bla bla bla. Die waren quasi schon abgestiegen. Deswegen, jetzt kommt der Sieg im direkten Duell gegen Augsburg da unten. Ein wichtiger Sieg. Aber das war jetzt keine Wahnsinnsleistung. Ich habe halt 1 zu 1 in Augsburg gewonnen. Am Ende hat er auch so eine Chance gehabt. Dann steht es am Ende vielleicht 1 zu 1. Das war jetzt ja auch nicht 100% perfekt überzeugend. Sind die wenigsten Siege unten im Abstiegskampf. Und zack, im Doppelpass trotzdem. Maggat wurde zum Königstransfer ernannt. Und Berlin bleibt sicher drin. Da gab es das Thema. Ja, mal gucken, was der VfB da macht. Berlin steigt nicht ab. Der hat sich den Kevin-Prinz-Boateng hat sich geschnappt. Wie damals bei Stuttgart hat er sich Bordon geschnappt. Der weiß, wo seine Jungs sind, wo er sie anpacken muss. Königstransfer der Saison der Maggat. Alles war grandios, was da gelabert wurde. Auf einmal wurde Maggat zum Gott ernannt. Die Hertha in die Champions League gelabert. Das muss Motivation sein für den Sonntag für uns. Das Stadion wird voll. Ja, knapp 75.000 Zuschauer passen rein ins Binnen-Olympiastadion. Und das Ding wird tatsächlich sehr, sehr voll. Klar, die Aktionen werden da schon eine Rolle spielen. Ein Freiticket für Dauerkartenbesitzer, zwei Freitickets für Mitglieder. Ist ja klar. Beim Netto gibt es Karten für einen halben Preis. Aber dadurch wird das Stadion ordentlich voll. Wenn man sich den aktuellen Stadionplan anschaut, wird das Ding ordentlich voll. Auch wir bringen ordentlich Auswärtsfans mit. Wurde auch ein bisschen noch mehr freigeben oben. Diese 15-, 16-, 17er-Blöcke da quasi. Auch wenn nicht 100% weggehen werden. Aber die drunter, die G-Blöcke, H-Blöcke werden schon weitestgehend weg sein. Und die Ultras und so weiter werden am Start sein. So auch ich. Bin ja am Start in G2. Motto, alle in Rot. Habe jetzt keine genaue Angabe, wie viel noch frei ist. Ich kann es auch wirklich nicht gut abschätzen. Wie gesagt, du hast 10%. Du hast grob 7.000 damit an Auswärtsfans. Das wird es immer nicht sein. Ich hoffe mal schon auf so 3.000, 4.000. Kannst aber überhaupt nicht abschätzen, wie viel genau da noch mit Berlin fahren. Ist eben auch. Danke nochmal an die EFL. Einfach eine scheiß Anschlusszeit. Sonntagabend, 17.30. Trotzdem, Stadion wird wirklich sehr gut voll. Die, die mit nach Berlin fahren. Das ist einfach der harte Kern. Wer mit nach Berlin fährt, der wird da Vollgas geben. Wird also nicht sicher, sicher, sicher. Eine geile Stimmung beim absoluten Abstiegskampfkracher. Der doppelte Boden Relegation. Will kein Mensch. Will ich auch nicht. Hoffe ich auch nicht. Aber es ist halt einfach ein Thema. Will es hier aber eher in die positive Richtung drehen. Nämlich, also dass wir im schlimmsten Fall eben auf Platz 16 landen können. Weil mich würde es sehr wundern, wenn Bielefeld tatsächlich nochmal aufsteht. Bei denen läuft es komplett gegen die. Die ganzen Verletzungen, die Kopfverletzungen, die ganzen Schicksalsschläge kann man es fast benennen. Pech auch im Spiel. Da gegen Bayern wirklich okay dabei gewesen. Mach uns 1 zu 1. Dann doch abseits gewesen. Direkt im Konto danach geführt. Direkt eine Aktion danach. Mach die Bayern 0 zu 2. So läuft es halt einfach unten im Abstiegskampf. Immer wieder gegen dich. Haben wir auch schon erlebt. So Spielabläufe. Trenner sind auch noch gefeuert. Ob das was bringt. Ob es da jetzt direkt in Köln einen neuen Trennereffekt gibt. Keine Ahnung. Wir müssen seit der Schuttgarter oder auch als Herthaner quasi mal hoffen, dass es nicht so ist für Bielefeld. Und damit wäre eben im schlimmsten Fall die Relegation da. Und du hättest eben noch diesen doppelten Boden im Sinne von den zwei Spielen, um dann doch noch drin zu bleiben. Die Tabelle in Berlin umdrehen. Das war die Aussage vermisst den Tat. Das klare Ziel für das Spiel am Sonntag. Ist ja auch logisch. Wir fahren da nicht hin und zu verlieren. Nun nämlich auf Platz 16. Wir wieder. Berlin auf 15. Bielefeld eben auf 17. Das Spiel bei der Hertha in Berlin wird unfassbar wichtig. Brauche ich glaube nicht noch tausendmal ansprechen. Ich tue es aber trotzdem. Du darfst dir halt einfach auch nichts mehr leisten. Im Sinne von Niederlagen oder sowas. Darfst du dir nichts mehr leisten. Wenn du deine Dinger vorne machst. Das ist wie immer die Herangehensweise. Mach deine Dinger und vorne wirst du Chancen bekommen in Berlin. Gerade über Tempo. Du wirst das hinbekommen. Du musst halt deine Dinger machen. Dann wirst du auch endlich wieder dreifach punkten. Und dann wirst du nach dem Spieltag auf Platz 15 stehen. Verlieren darfst du in Berlin auf jeden Fall nicht. Das ist absolut keine Option. Das Gute im direkten Duell. Wenn wir am Ende des Tages nach 34 Spieltagen auf der gleichen Punktzahl stehen wie Berlin. Sind wir vor Berlin. Weil das Torfeld ist einfach deutlich, deutlich besser. Da muss schon einiges passieren. Dass wir dann auch hinter die Hertha rutschen. Mit Top 11 nach Berlin. Das ist nämlich auch ein Punkt, der positiv stimmt. Dass du wieder drei Punkte holst. Karasor, klar, der jetzt auch nach seiner gelben Karten-Sperre jetzt auch Corona noch am Hals. Scheinbar Freitest möglich laut dem Kick. Aber ich weiß gar nicht, ob es schon geschehen ist. Ich tippe und hoffe trotzdem, dass Karasor am Sonntag spielen wird. Und auch wegen diesem Rekord, dass wir gefühlt nur gepunktet haben oder vor allem immer gepunktet haben, wenn halt Karasor mit auf dem Feld stand. Also wäre das auch irgendwie so ein bisschen wichtig in der Hinsicht. In meinem Statistik-Hirn. Ito, Mangala, einmal Nasenbein und einmal Sprunggelenk. Waren fraglich, aber scheint bei beiden nichts Schlimmeres zu sein. Die werden wohl auch auftreten können. Endo ist zurück. Also du wirst höchstwahrscheinlich die Top 11 aufstellen können in Berlin. Außer morgen oder heute Mittag. Ich glaube morgen früh ist die Pressekonferenz. Kommt auch das große Erwachen. Ich hoffe es nicht. Und das wird eben Events wichtig. Gerade dieses Karasor-Endo-Ding. Auch wenn sie es in Mainz nicht schlecht gemacht haben. Diese Ecke mit Anton und so weiter war echt okay. Der Ersatz dafür. Aber dass du wirklich die Top 11 aufstellen kannst. Für mich gerade Müller, Dinos auf rechts, Anton, Ito, Sosa, Karasor-Endo, Mangala, Mamush und Kalajic. Und noch Tomasz auf links. Ein paar Optionen jetzt natürlich auch noch. Weil natürlich so ein bisschen Führig dann da rausrutscht. Ich will dem jetzt auch nichts Böses, dem Führig. Aber wenn du halt siehe Mainz oder diese riesen Chance aufs leere Tor von einem Spieler gesehen hast seit Wochen, dass der einfach das Tor nicht trifft. Ja, dann nimm ihn halt mal raus. So ganz doof gesagt. Weil du hast eben entweder du lässt Mangala raus oder du lässt Mamush raus. Kannst auch Führig nach vorne stellen. Wieder auf den Flügel. Auch wenn du mir irgendwie so ein bisschen auf dieser Position, auf dieser Achterposition besser gefallen hast zuletzt. Also wäre schon eine Option, dass vielleicht Mangala auf der Bank lässt und eben dann doch Führig spielt. Gerade wenn Mangala vielleicht doch noch ein bisschen angeschlagen ist. Das wäre eine Option. Ich habe auch mal ganz frech nicht gegen Stenzel, sondern für Ito argumentiert. Mal Dinos wieder auf rechts gestellt, weil ich will nicht, dass Ito rausrückt. Dann muss halt mal Stenzel rausrücken auf rechts. Aber kann auch sein, dass er halt einfach wieder Ito rausnimmt. Und dann eben Dinos, Anton, Stenzel und Sosa spielt. Ein paar Optionen gibt es. Gerade Schwierigkeiten macht eben so ein bisschen die zu viele Möglichkeiten. Gerade in dieser Mangala-Führig-Mamush-Ecke da quasi. Mal gucken, was er genau aufstellt. So würde es ich machen in Berlin. Prognose-Gedanken. Ja, weil ich muss sagen, es wird noch passieren. Aber ich muss mich aktuell noch so ein bisschen hypen vor dem Trip nach Berlin. Es wird alles noch passieren, bevor ich am Sonntag da anreize. Das ist klar. Ich werde da mit 100% reingehen. Aber ich war schon ziemlich genervt nach dem Spieltag. Gar nicht unbedingt wegen unserem 0-0. Ein bisschen auch. Aber hauptsächlich wegen des Berlin-Sieg. War ich schon echt nicht so positiv nach Samstag. Muss ich auch ganz ehrlich sein. Wie gesagt, aber ich werde mich da noch auf ein Level bringen. Vom Spiel in Berlin. Es ist klar. Der gesamte Trip wird einfach nur geil. Ich bin ja schon recht früh in Berlin. Es wird alles sehr, sehr nice. Auch wenn es eben Anspannung pur wird. Also ich werde da in diesem Auswärtsblock stehen. Und auf, keine Ahnung. Das Nervenlevel wird nicht lustig in Berlin wahrscheinlich. Je nach Spielverlauf natürlich auch. Gefühl für Spiel ist in dem Sinne dann auch wieder völlig egal. Weil es muss einfach geliefert werden. Das ist ganz simpel. Scheißegal, was ich für ein Gefühl habe. Ob ich gerade glaube, dass wir in Berlin gewinnen. Ob ich glaube, dass wir es doch verlieren. Scheißegal. Die Mannschaft muss liefern. Es gibt keine Zeit mehr für Schönreden, für länger brauchen. Wie gesagt, auch das Thema Schönreden, wenn man es so nennen will. Ich will jetzt auch keine Panik. Wir hatten oft genug Panik in irgendwelchen abstiegsbedrohten Saisons. Und wir hatten Abstiege und so weiter. Und haben alle scheiße, schlecht geredet, schlechte Stimmung gemacht. Braucht es auch nicht. Für mich ist es trotzdem für den Tabellenstand in manchen Interviews, in manchen Aussagen schon eine recht hohe Selbstzufriedenheit. Eine recht hohe Sicherheit. Wir packen das eh so ein bisschen. Wenn es am Ende klappt, schön. Ich glaube auch daran. Ist ja logisch. Trotzdem ist diese Selbstzufriedenheit für einen Platz 16 ein Ticken hoch fast. Aber Spieltagbetrachtung. Du stehst bei 31 Punkten, wenn du Berlin besiegst. Das sind zwei Punkte vor der Hertha. Mit Torfeld jetzt sogar drei Punkte vor der Hertha. Das wären fünf vor Bielefeld und nur noch einen Punkt hinter Augsburg. Also ganz klare Geschichte. Gewinn das Ding in Berlin und es ist wieder ein Ticken sonniger. Die Woche drauf kommt Wolfsburg zu Hause. Was ich auch, das ist vielleicht auch ein Fehler, aber so ein bisschen im Kopf gefühlt schon als sicheren Heimsieg abgestempelt habe. Das muss einfach passieren, zu Hause Wolfsburg zu schlagen. Also tippe ich auch hier in Berlin ganz klar auf Sieg. Ich lasse ein genaues Ergebnis halt wirklich aus, weil es ist mir egal auf welche Art und Weise. Ihr könnt euch ja abstimmen im Community-Tab. Wisst ihr Bescheid. Und dann war es das von diesem Video vor dem Spiel bei der Hertha. Wir drehen uns den Trip an am Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir drehen uns den Trip an am Sonntag. Wir drehen uns den Trip an am Sonntag. Wir drehen uns den Trip an am Sonntag.